Die erste Forderung ist, dass das CLIL-Experiment beendet wird. Es widerspricht dem Recht auf motorsprachliche Schule, so wie sie im Autonomiestatut gewährleistet ist. Eine zweite Forderung ist eine gleichmäßigere Aufteilung von Kindern, die nicht deutscher Muttersprache sind, in den deutschen Kindergärten und Schulen. Für die Einwandererkinder gibt es einen Beschluss der Landesregierung. Es soll ausgewogen sein, nicht mehr als 30 Prozent. Unseres Erachtens soll das nicht auf die Staatsbürgerschaft abstellen, sondern es soll auf die tatsächlichen Deutschkenntnisse geschaut werden. Und ein dritter Punkt wäre, dass im Geschichtsunterricht in Südtirol stärker auch unsere Tiroler Geschichte, also die kollektive Erinnerung von uns Südtirolern stärker berücksichtigt wird. Es kann nicht sein, dass Kinder nicht mehr wissen, was die Tiroler Freiheitskämpfe oder Andreas Hofer zum Beispiel war. Das sollte im Unterricht einfach besser zur Geltung kommen.